Ah, was wie neblig das da unten ist, aber wirklich. Ja. Bist du, da kennt man ja auch nix mehr. Nee, nicht wirklich. Mike! Da hinten ist die Polizeistation. Mike! Ja? Das ist ne schöne Sonne, also wirklich hell, schön, hat aufgehört zu regnen. Hat da jetzt nicht so Ewigkeiten geregnet. Und Blümchen. Mike! Ja? Was sind wir hier? Bornholm. Bornholm! Echt? Ja! Hast du nicht gedacht? Oh, du Spaß und sowas sind mir so schlecht. Sieht aber echt mega geil aus. Achso, da fasst du drauf, was ich sage. Keine Ahnung, wir haben null abgesprochen, das mag man glaube ich einfach. Ich wollte einfach hier oben sein, ich fand das einfach ganz schön hier oben. Ja. Wie viel Zeit ist das her, seit ich hier war. Okay. Bei dir noch länger, ne? Ja, ja. Übel lange her. Das ist bestimmt drei Tage her. Drei Tage? Alles klar. Okay. Andere Frage. Wo sind wir eigentlich? Erwin, wo sind wir? In Bornholm? Bornholm? Nee, falsch. Wir sind auf dem Berg. Wie heißt der Berg? Ich hab keine Ahnung, wir sind bei Rönne halt irgendwo. Der Berg hat keine Benennung, alles klar. Warte mal komm, wir gehen noch weiter hoch. Nee, ich kletter da nicht, ich find das hier schön. Und ich fliege. Was? Du weißt, dass es neblig da ist, das siehst du eh nicht weiter. Sehst du, wenn du da oben bist, oder? Ja, aber dann seh ich den Nebel noch weiter. Das ist gleich ein Argument. Auf geht's. Wir haben eh nix zu tun. Unser Cannabis kriegen wir nicht verkauft. Willst du mal aufhören, deinen Kopf hier in dein Gesäß zu stecken? Hey! Warte. Bruderherz war da wieder hoch. Wenn du runterfällst, das ist dumm, dann fall ich auch mit runter auf. Alles super. Übter Klettermeister 2012 gewesen. Ach du Scheiße, ich kann deinen Arsch sehen. Der wurde aber lange nicht gemacht. Er ist lange nicht gepuckt. Ich weiß nicht, lässt du dir deinen Arsch machen? Mensch. Ja, sauber machen, machst du das nicht? Selbst schon, aber ich lass das nicht machen eigentlich. Ich schon. Schön hier, ne? Warte mal, hier geht's doch irgendwo noch hoch, oder? Ne, ne. Ich glaub, hier ist Edstadt 2. Guck mal, ich häng in der Luft. Keine Angst. Was? Ich hab keinen Fernklass. Das sieht echt cool aus. Geh mal da an den Rand. Hier geb ich dir einen kräftigen Tritt und du bist unten. Alten Erinnerungen hier, ne? Das stimmt. Aber da hinten hier, erinnere ich mich dran, was da hinten hier in diesem Loch. Weißt du das hier, wo ich hinschaue? Ja. Oh, da bin ich mit dem Polizeiauto mal, hab ich mal vor einiger Zeit versenkt da drin. Das ist schon über ein Jahr her. Ja, ich glaub, die meiste Zeit haben wir aber wirklich da verbracht, da wo ich hinkucke. Mhm. Ja, Polizeirevier. Oh, ja. Das ist lang her. Und danach hab ich am zweitmeisten irgendwo da hinten verbracht. SMO. Mhm. Ja, das war schön. Außerdem, das ist hier nicht durchsichtig, das Glas, wo drauf ich stehe. Ah. Ja, das ist echt cool. Sieht auch schön aus mit diesem Nebel. Ja, die alten Erinnerungen hier, mal wieder hier bei Distrikt unterwegs. Im Distrikt. Richtig. Einfach mal wieder sein. Rechen durch. Oh, ich hab Hunger. Ist was. Mach ich jetzt auch. Ja. Gut. Gut. Alk? Ja? Ja. Mal wieder runter. Ja. Nicht so spektakulär. Bis auf den Nebel, der ist echt toll. Das stimmt. Der Twin Turbo ist am Start. Ah. Ja. Ich trete durch. Und? Spürst du die Kraft? Und? Und wenn dretest du durch? Ich sag noch nicht so viel davon. Ja, es geht bergab, es geht bergab. Alles supi. Wie? Ähm, da ist auch mal ne Kurve, ne? Oh nein, bergauf. Bergauf, nein. Ach du Scheiße. Ja, die Straßenlage von Bonner. Kennst sie nicht. Ja, also. Ich kann den, einfach nur die Kraft spüren, die in diesem Auto ist. Wie viel PS hast du gesagt? 37,5. Keine Ahnung, wie man auf einen Komma 5 Wert bei 37 kommt. Aber? Ist wichtig, merken wir uns. Oh. Ich hab immer nur das Gefühl, die Hauptstraße war weiter rechts, oder? Ja, war sie. Egal, ich würde jetzt hier irgendwie keine Kurven schlagen. Los nicht auf die Bremse, ey. Ne, ne. Habe ich dich vor. Mal da raus. Ja, wir holen jetzt hier alles raus aus dem Ding. Kaum ist die gute Sprintrinne. Boah, siehst du wie es abgeht? Auf der Autobahn darfst du mit dem Ding nicht fahren, ne? Ne. Kannst du jetzt schon sagen. Maximalgeschwindigkeit, das kann nicht erreicht werden. Naja. Da gibt es hier keine Autobahn, hä. Es ist aber nicht mehr weit bis hier zu Ghana bis. Ne, 1,3 Kilometer. Ja. Aber. Das dauert mit dem Ding. Ewig. Und ewig. Aber siehste? Gut getankt. Jetzt geht's echt los. Und ganz kurz das Einstellen noch, sorry. Drei Leute sonst als Karre. Hilfe. Hilfe, ich höre hier dritte fest. Ich glaube, mir geht's dann gut. Kann man weiter, oder, Mike? Erwin. Ich reparier doch schon. Ich reparier doch schon. Mensch, der URD kann kein Auto fahren. Ach ne, was kommt hier denn hier lang? Ich war gerade im Einsatz. Wir haben den Blinker gesetzt gehabt. Das ist nicht unsere Schuld. Du musst Kaffee austeilen. Kaffee ist wichtig. Ich hab Schmerzen. Du hast die Kurve geschnitten. Weg hier. Die fahren alle wie die Irren. Ach Gott, da kommt nochmal welche von der Sorte Hilfe. Nein, nein, nein. Das ist kein URD. Der hat mein Fahrzeug ausgeliehen. Ich? Deswegen sind sie beim Rettungsdienst. Hoffen wir auch so ein Fahrzeug ausleihen? Weil der Buller Bulli ist scheiße. Nein. Uns tut alles weh. Ach der Schaden? Ja. Der hat einen ganz großen Schaden. Aber bei mir? Ich gucke mal. Mein großer Zeh tut weh. Ich bin der Herr Prügel. Die sind völlig in Ordnung. Wir sind alle Herr Prügel. Ich hab ja gesagt, mal den weißen T-Shirt hab ich gesagt. Äh, ein grauer T-Shirt ist, äh, Weste ist auch in Ordnung. Ein großer Zeh tut glaub ich nicht weh. Die sind auch in Ordnung. Morgen geben sie so einen Herrn ihren Fahrzeug? Äh, das ist der Chef von der Ganggalerie und äh, der darf sich mein Fahrzeug ausleihen. Die dürfen ja auch ihr Fahrzeug ausleihen, weil der Bulli ist scheiße. Nein, nein, nein. Ach man. Es tut mir leid, ich muss äh leider weiter. Ja. Ich bring's gleich wieder nach Wölne, ne? Ja. Das ist eine Kaffeelieferung, ne? Ist ganz wichtig, hab ich gehört. Ja, äh, ich muss... Ja, wollen Sie Kaffee haben? Ich pack das ganze Auto, okay? Ja. Oh ja, das ist ja ne... Boah, Kaffee. Das wär gut. Kaffee ist geil. Ich mach mal was Flüssiges zwischen. Auf der anderen Seite. Irgendwo einfach durchs Fenster werfen. Ah, hier. Jetzt hat er den Busch ungefähr. Huch. Das kostet ein Stückchen. Du musst den Busch pflegen. Drei Jahre lang. Ich hab ihn, äh, jeder kann sich zwei rausnehmen. Ah, danke. Danke. Machst du mal das Auto auf die Seite. Mir zahle mal Geld ein. Mach ich. Mach noch mal, dass da jemand kommt. Ich wünsch Ihnen eine gute Fahrt noch, ne? Ja, danke Ihnen auch. Tschüss. Bitte, tschüss. Ne, weg dir. Mach dir Geld damit. Ich bin jetzt genau. Ja, irgendwie schon. So, wo sind wir denn gleich? Drogendealer wollte ich schon sagen, hier. Komm. Was ist das sonst? Dritte Tour? Dritte Tour? Ja, dritte, vierte. Lass mir das Licht an. Hey, ich find das mit Licht da drin, der voll kuschelig. Okay. Ich fahr auch diesmal vorwärts. Mach das Licht aus. Nein, Licht bleibt an. Kevin, du hast nichts zu sagen. Sascha wird kuschelig, wenn das Licht an ist. Hat er grad zugegeben. Kevin hat nix hier zu sagen. Ne, Kevin hat echt nix zu sagen. Ich bin immer noch Kai. Kevin, du bist jetzt ruhig. Kai, Kevin, alles das gleiche. Ich bin nicht Mike, ich bin Kai. Du bist Kevin. Wenn wir sagen, du bist Kevin, dann bist du Kevin. Das ist Kai, Kevin, Brügel. Kai, Kevin. Nimm mich nicht so an. Jetzt geh arbeiten. Jeremie Pascal. Erstarr deine Klamotten. Mach irgendwas. Ah, irgendwas sinnvolles jetzt mal. Hier, wir müssen Geld ranschaffen. Was hab ich denn auf dem Konto? Kai, Kevin. 63.000, da müssen noch ein paar Nuller dran, ne? Musst du neue Schuhe kaufen? Das geht's noch nicht. Schlangenleder. Vielleicht mal nen guten Friseur kannst du dir auch mal leisten. Ach, ich schweige noch nicht zu arbeiten. Nee, eine schöne Klasse. Mach das doch selber. Ihr müsst euch mal rasieren. Mach das doch. Mein Geld drinne. Du weißt, wie in seinem Fahrzeug das ist, was hier steht? Wow, weißt du, was für Geld da drinne hängt? Ja, richtig, meins. Ja, nur deins. Alles klar, Fahrzeug. Polizei. Jetzt hab ich alles rausgenommen. Frag mal kurz nach bei der Polizei, was man bekommt, wenn man Leute anschwürzt. So als kleine Spitze. Ja, frag dann nach. Keine Ahnung, wie Polizei heißt. Keine Ahnung, Telefonbuch ist ja unter Einsatz nix drin. Ja, wird doch nix mit deinem spitzen Job. Da ist die Angst wieder zu groß. Irgendjemand wollte doch Kopfgeld haben auf einen hier, eine bestimmte Person. 500.000 geben die. Was ist, wenn wir den einfach aussehen und sagen, das ist der. Mach mal. Das Geld kannst du gebrauchen. Den brauchst du nicht. Paun hat das glaube ich aus, ja. Bitte? Jemand, der Kapaun heißt, den kann man vertrauen, denk ich mal. Äh. Was der Vorname war, ey. Ja, ey, Kapaun. Kann man vertrauen, denk ich mal. Ihr bleibt auf der Seite, ich bleib auf meiner, okay? Jetzt unruhig. Gib mir das mal, Johanna. Geh arbeiten, dann kriegst du den Mario, Johanna. Ich bin auch mehr Mario, Johanna. Oh, da haben wir schon drübergegeben. Wir brauchen das Geld, wir sind jung und... ...und... 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 Oh mein Gott. Ich bin jung, ich brauch das Geld. Ach genau, ich bin jung. War gar nicht so verkehrt. Ich bin der König von Deutschland. Ach, sag mal. Jetzt haben wir langsam alle Lines durch von diesen bekannten Typen. Ich bin der König von Mallorca. Oh, das war ja auf Bornholz, die Flasche. Ja. Er sagte Deutschland. Er ist dauerhaft doch, ne, weiß nicht, wo wir sind. Er sagte Deutschland, also ist auch nicht viel besser. Los, einfüllen, geht arbeiten. Ah, einfüllen, geil. Der, wo so faul ist. Ja, ich bin zuerst dran. Was wäre das gesagt? Ich. Du hast aber nichts zu sagen. Doch, hab ich. Nein. Reiner ohne Helmut, ohne Kurt. Wer darf, was das ist, ne? Ich hab das nicht entschieden, so. Waschen wir mal die Drogen und dann... Ich waschen, da geht der ganze schöne Stoch raus. D, äh, hier, äh, Kevin. Hm? Nein. Guck mal, er hat drauf gehalten. Nein, nein, nein. Ja, Kevin, da bist du da auch so genannt. Ähm, nicht wieder 70, der kann ein bisschen in die Taschen rein, ne? Ich bin diesmal dran mit der größerer Verkaufstour, ne? Alles, alles. Ich muss rauchen. Aber wir müssen hier mal jemand loswerden, hab ich gehört. Nimm mal bitte die... mal anschreiten, egal, der ihm mal vertraut, oder? Kevin, nimm mal bitte die Hände da raus. Nein. Ich brauch... Oh nein! Oh nein! Kevin! Äh, hast du jetzt schon Drogen rausgenommen? Ja. Und neue reingetan. Ah. Kevin, ich sag dir doch, du sollst nur nehmen, wenn ich dir das sage. Ich hab genommen, wo ich mir das gesagt hab. Ah. Kevin hat's kaputt gemacht. Nein, der Kofferum funktioniert noch. Glaub mir. Jetzt geht er weg. Ich kenn mich aus. Ich muss doch das Cannabis rausnehmen. Nein! Du sollst es da drinnen lassen. Du hast doch... Ich denke, der soll sich 50 rausnehmen, außer... Außer du, richtig. Ja, keiner. Nein, ich auch. Nein, du nicht, weil das kaputt gemacht ist. Ach, der muss auch 50 rausnehmen, ist alles okay. Pssst, pssst. Ich hab gerade mal 21, jetzt halt die Klappe. Was soll mehr für uns drin bleiben? Nein, Kevin! Den ersten Mathe, Junge. Ach, shit, man. Es kann noch was mit euch werden, hier. Da sind wir jetzt auch gleich da. Wir waren so ein guten alten Freund, wo wir das Zeug wegschnupfen. Äh, ich mein, Mama. Ich weiß ja nicht, wie du Cannabis zu dir nimmst. Ja, ich meine, wegschnupfen, oder? Ja, ich meine, wegschnupfen. Du schriegst die Blätter weg. Kenn ich nichts. Du hast verstopft. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so... Ich könnte auch nicht als Taschentuch nehmen. Jetzt wisst ihr auch, warum ich so oft dickster Stupf warb. Da drüben, da leuchtet's. Kann das sein, dass da ein Boot ist? Nein. Okay. Und, beklinkt's. Ja, stimmt, ne? Oh, die Fresse halten? Nee. Da ist ein Boot da drüben, oder? Ey, das versteckt, der beleuchtet ist. Das ist wie Beläu. Steak. War schlecht, ne? Ja, da steht ein Typ, der hat einen Bootsverkäufe, oder was? Geh doch einfach weg. Nein, ich muss mein Cannabis verkaufen. So. Uh, 24.000. Schnell, lass wegfahren. Ich muss nochmal verkaufen. Ja, deswegen. Schnell weg. Das Geld. Perfekt. Wir sehen uns dann, Reiner. Ja, komm, nehmen wir ihn mit. Halt's nur an. Nehmen wir ihn mit. Nichts überfersten. Das wär... So hätten wir auch das Geld. Also, das wär so oder so gut gewesen. Hätten wir ihn zurückgelassen, wir hätten verhungert, hätten wir auch das Geld uns in ein paar Tagen abholen können. Oder überfahren, dann hätten wir's auch sofort gehabt. Ich wär auf jeden Fall verhungert, hier ist ja keinerlei Zivilisation auf dieser Insel. Ne, ne, du weißt ja nicht, wo du bist. Achso. Schwimmen kannst du auch nicht. Karte dessen kann ich nicht, stimmt, ja. Ne, ne. Ist bei mir unmöglich, man kannst du mal richtig Auto fahren lernen. Du hast ja auch deine Brille nicht dabei, wir willst eine Karte lesen. Mensch, Reiner. Das sag ich nur zu... Reiner? Ich bin immer noch Erwin. Nein, du bist Reiner. Nein, ich bin Erwin. Du bist Reiner. Ich bin Erwin! Ich bin Kai. Du bist Kevin. Nein, du bist Kevin. Nein, du bist Kevin. Nein, ich bin Kai. Das ist Reiner. Jemals. Fühltest du sich so an bei der Selbsthilfegruppe? Kevin, geh wieder mit deinen Steinchen spielen und sei ruhig da drüben. Nein, die Steine sind alle rausgefallen. Ohhhh. Möchtest du mit der Neue kaufen gehen? Ja, bitte. Mit Alphabet drauf. Kann ich meinen Namen schreiben? Danach tanzen. Ohhhh. Ach ja. Und so geht ein schöner Tag. Entschuldige Leute, die war es unter mir. Scheiße. Und so geht ein schöner Tag wieder zu Ende. Äh.